Willkommen zu einem neuen Video von Basement45 und heute geht es um etwas Besonderes, um etwas Besonderes für mich und um etwas, was natürlich die Gemüter spalten wird in die Hass- und in die Du-Hass-Recht-Fraktion. Wir reden hier von einer Steckdose, von Schnerzinger Outlet mit Atomic Bonding nennt sich das Ganze. So kommt das in einer Verpackung, in einem kleinen Karton, der gut verarbeitet ist. Es ist drin ein bisschen Schaumstoff und natürlich unsere Steckdose. Von der Verarbeitung, es ist eine Steckdose, sie liegt schwer in der Hand, das muss man sagen. So sieht das Ganze aus und an der Wand wird das aussehen wie eine ganz normale Steckdose. Das ist hier der erste Teil des Videos. Die Steckdose wird jetzt in den nächsten Tagen installiert und ich habe vorher viel gehört und ich werde danach viel hören und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Testfazit hier ausgehen wird. Also für euch ist es nur ein kleiner Augenblick. Für mich vergehen vielleicht ein, zwei Wochen oder nur ein paar Tage oder vielleicht sogar heute Abend schon und wenn ich den Unterschied sofort in einem großen Wow-Erlebnis merke, setze ich mich heute Abend hin und mache das Video, sollte die Zeit natürlich da sein. Also, Schnerzinger Outlet und ich gehen jetzt an die Arbeit, das ganze Ding wird installiert. Also, sehr, sehr gespannt. Ich hoffe ihr auch, es geht für euch sofort weiter und für mich geht es endlich, endlich an die Schnerzinger Installation. Also, wir sehen uns gleich. Willkommen zu einem neuen Video von Basement45 und heute mit einem ganz besonderen Thema, eine Steckdose. Eine HiFi-Steckdose der Firma Schnerzinger, die bei mir daheim eingezogen ist. Ich wollte endlich mal mitreden mit dem Thema Steckdosen, bringt das was? Und wenn ja, was bringt es? Ist es sehr hörbar oder muss man ganz genau hinhören, um irgendeinen Unterschied, wenn überhaupt, herauszufinden? Und sie ist da, sie ist installiert und ich habe die letzten Tage damit gehört. Ich habe mir die Steckdose der Firma Schnerzinger gekauft, weil ich genau da anfangen wollte. Ich möchte den Strom für meine HiFi-Anlage von vornherein gut haben. Und da ging es bei mir im Wohnzimmer mit der Steckdose los und da wollte ich das Beste haben, was es gibt. Und ich bin auf Schnerzinger gestoßen. Die ist unverschämt teuer. 490 Euro. Und ob das etwas bringt oder nicht oder völliges Voodoo ist, das klären wir in diesem Video. Und ich würde sagen, viel Spaß in diesem Video und los geht's. Das war also der einfache Teil. Jetzt kommen wir zum schwierigen Teil. Was bringt diese Steckdose und was hat sie zumindest bei mir gebracht? 490 Euro ist kein Pappenstiel für eine Steckdose. Diese ist aber mit einem besonderen Atomic Bonding behandelt. Die ist sehr hochwertig aufgebaut. Der Elektriker, der das installiert hat, hat gesagt, der hat noch nie so eine hochwertige Steckdose gesehen. Es sei denn installiert. Sei es drum, sie ist drin. Ich habe es so gewollt. Und dann habe ich die Anlage angeschlossen, komplett ausgefasst. Wenn der schon mal da war, der Elektriker, habe ich natürlich die ganze Kette ausgefasst. Richtig ausgefasst. Und konnte mich dem Musikgenuss hingeben. Und das wird jetzt gar nicht so einfach, denn es ist nur eine Steckdose. Ich weiß das. Und rein theoretisch kann diese nichts am Klang ändern. Das ist mir bewusst. Was die Steckdose aber gemacht hat, ist einfach ein unglaubliches Grinsen auf mein Gesicht gezaubert. Und das direkt nach der Installation, nach dem Anschmeißen der Hi-Fi-Anlage. Da braucht ihr keine Einspielzeit. Ihr müsst nicht lange warten, sondern ihr setzt euch davor, nachdem die Steckdose installiert ist. Und ihr hört es sofort direkt live im Wohnzimmer, was es getan hat. Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das erklären kann, was die Steckdose nämlich getan hat. Und ich habe mir viele Stichpunkte gemacht, wie das Klangbild sich verändert hat. Oder die Höhen oder die Bässe. Und dann ist mir nach zwei Tagen einfach aufgefallen, dass das Gros, und ich gehe auf die einzelnen Themen nochmal ein, aber das Gros von dieser Steckdose ist, diese berühmte Schwärze im Klangbild einfach zuzugeben. Das heißt, ihr habt absolut ein ruhiges Klangbild. Ihr hört kein Rauschen. Und selbst wenn ihr vorher dachtet, da ist nichts. Ich habe eine gute Anlage mit dieser Steckdose, nachdem ich sie installiert habe. Unglaublich. Es ist, ich habe mich erst mal gefragt, okay, ich höre viele Details. Der Bass wirkt fast ein bisschen schmaler. Das kommt aber dadurch, dass er nicht aufgebläht ist. Er wirkt tiefer. Ich höre ihn tiefer greifen in den Keller. Definitiv. Dazu ist das Klangbild schärfer umrissen. Also ich sehe die Akteure, die Musiker schärfer dargestellt in meinem Klangbild zwischen den Lautsprechern. Und dass ich mehr Details höre, mehr Fülle an Klanginformationen, das ist ganz klar. Und ich für mich führe das zurück auf diese Schwärze, die auf einmal da ist. Es ist gar kein Rauschen mehr da. Auch das kleinste, das kleinste etwas fühlt sich an, als wäre es weg. Und ich habe vorher nicht an ein Rauschen gedacht, nicht an ein Rauschen geglaubt. Aber mit der Installation der Schnerzinger Steckdose kommt man sich dann so vor. Und man kann sich dann einfach entspannen. Das hat einen riesigen Entspannungsfaktor, wenn man so die Musik genießen kann. Nämlich völlig ruhig. Es ist ein ruhiges, ein super ruhiges Klangbild. Es lädt zum Entspannen ein. Wie gesagt, es ist schärfer umrissen und dennoch mehr zusammengefügt. Musikalischer das Ganze, obwohl es schärfer umrissen ist. Es ist nicht getrennt. Die einzelnen Akteure sind nicht getrennt oder sonstiges. Sondern es ist trotzdem ein ganzheitiges musikalisches Geschehen, was dann durch diese Ruhe, diese Anlage jetzt, und ich nehme an, durch diese Steckdose ausstrahlt, komplett gut übermittelt. Und ich kann das dann so genießen. Und das ist etwas, wofür mir dann dieses Geld absolut wert ist. Ich habe nicht daran geglaubt. Ich habe meine ganzen Testalben, mit denen ich höre, die Fugelsang, die James Bay ACDC, einmal komplett gehört. Und ich habe dann sogar den Mario geschrieben. Ich habe einmal bis drei Uhr nachts gehört. Denn ich konnte es nicht glauben, was da passiert ist. Wie sich meine Anlage gedreht hat. Und das zum besseren, eindeutig besseren und hörbaren, vor allen Dingen, Unterschied im Gegensatz zu vorher. Wenn man die Steckdose jetzt von der linken Wand, von meiner Sitzposition an die rechte tauscht, und das kann ich hier Gott sei Dank machen, erlebt man genau diesen Klangunterschied. Und das ist einfach ein Erlebnis. Und ich finde, das ist der Beginn einer jeden Hi-Fi-Anlage. Und da hat Schnerzinger irgendwie recht. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht was. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht messbar. Ich bin aber nicht die Messfraktion. Es geht um das Hörerlebnis, was diese Steckdose ausmacht. Kommen wir mal zu den einzelnen Punkten der Klangbeschreibung. Also ich finde, die Höhen durch diese Steckdose gar nicht höher oder gar nicht, ja, lauter überhaupt nicht. Aber sie bieten eine Sanftheit, eine Offenheit, deutlich mehr Information, aber nicht dadurch, dass sie höher oder lauter spielen. Ich finde, sie öffnen sich einfach mehr. Das Gleiche geht für den Mittenbereich, der völlig, ja, völlig von dem schwarzen Hintergrund ist, dadurch diese Details da sind und dieser trockenere, tiefere Bass kombiniert das Ganze mit einer Dynamik. Und da, Freunde, muss ich euch wirklich sagen, meine Anlage hat unglaublich an Dynamik gewonnen. Und das setze ich auch für mich auf diese Schmerze zurück, die diese Steckdose produzieren kann oder der Anlage hilft, diese zu produzieren, denn ihr hört einfach nichts. Und das ist erstmal ungewohnt. Ihr sitzt davor und ihr wisst, etwas hat sich verändert. Ihr hört den tieferen Bass, ihr hört diese Dynamikattacken. Die Anlage spielt gerne lauter. Ihr könnt gerne lauter drehen, ohne dass es schlimmer wird. Und das ist für mich einfach mit diesem wunderbar ruhigen, beruhigten Hintergrund bei der Schallplatte, bei meiner Stereoanlage. Und was ich da für einen Dynamik-Kick erlebt habe, bei den Lautsprechern, mit meinem Plattenspieler und nach wie vor dem Musical Fidelity A1. Da ist alles gleich geblieben. Nur diese Steckdose kam dazu. Das ist für mich noch schier unbegreiflich, wie eine Steckdose das machen kann. Dass sie es tut, das steht außer Frage, denn ich erlebe es täglich. Und seitdem höre ich wirklich lieber meine Stereoanlage und frage mich, was soll denn jetzt noch kommen? Ich möchte natürlich noch ein, zwei sagen, ich hätte gern von der Steckdose noch die Supra-Kabel und einen neuen Verteiler und eine neue Phono-Vorstufe. Aber ganz ehrlich, und ich meine das wirklich ernsthaft, durch diese kleine Steckdose hier, durch diese investierten 490 Euro, knapp 500 Euro, war es aber der günstigste Schritt für mich, um an der Anlage etwas zu verbessern. Und das ist es für mich. Das ist für mich der günstigste Weg. 500 Euro ist nicht günstig, aber wenn man in einem gewissen Preisbudget unterwegs ist oder die Anlage ein bisschen was kostet, wird das einfach der günstigste Weg sein, um da eine Verbesserung zu finden. Denn alles andere, neue Kabel, Phono-Vorverstärker, Sonstiges ist einfach deutlich teurer. Und auch bei jeder anderen Stereoanlage bin ich mir ganz, ganz sicher, nicht nur bei den teuren kann und wird diese Steckdose einfach helfen, um mehr Dynamik, mehr Spaß, mehr Musikalität durch die gegebene Schmerze zu vermitteln. Ihr habt einfach ein spaßiges, ein audiophiles Klangbild, finde ich. Und ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare, das dazu einlädt, Musik zu hören. Und zwar, und das war dieses Ergebnis der Steckdose, völlig entspannt Musik hören. Trotzdem sind die Details plötzlich alle da. Ihr hört wirklich Sachen, die ihr vorher nicht gehört habt. Ganz eindeutig, besonders bei James Bay, bei der Vogelsang, höre ich die Bassgriffe oder den tieferen Bass. Mehr Rauminformationen, meine ganze Anlage hat so viel mehr Rauminformationen gewonnen. Und das ist jetzt wirklich kein Witz, kein Spaß. Das Ding ist für mich die bestinvestierten 500 Euro, die ich jemals in eine Anlage gesteckt habe. Und das ist einfach Fakt. Ich weiß, das Ganze ist ein Reizthema und es wird auch jetzt wahrscheinlich schon losgehen. Aber es ist nun mal so, mir hat es geholfen. Und ich finde, es ist auch sofort hörbar. Man muss nicht ganz genau hinhören, wenn man ein wenig Hörerfahrung hat und seine Stereoanlage gut kennt. Und dann mit und ohne Schnerzinger Steckdose vergleicht, hört man einfach definitiv eine durchaus bessere gesamte Stereoanlage. Und das war es für mich wert. Denn alles andere, wie gesagt, wäre deutlich teurer geworden. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn ihr das hier hören würdet, wie sich das durch diese Musical Fidelity anhört, das ist schon eine ganz, ganz andere Nummer. Besonders, wenn man vergleichen kann, normale Steckdose und die Schnerzinger Steckdose. Und diesen Luxus habe ich hier. Ich konnte vergleichen. Und es ist für mich überhaupt keine Frage, dass die Steckdose für mich bleibt und eventuell die ein oder andere nochmal nachzieht. Nämlich für die andere Anlage oder für die andere Seite. Falls ich da für die Videos eine andere Anlage anschließen möchte. Also ganz klar, für mich ein Zugewinn an Klang, an Spaß. Und gemessen an dem Spaß, an dem Klanggewinn, den ich hier vernehme, ist dieses Geld einfach sehr, sehr günstig ausgegeben. Finde ich nicht falsch verstehen. Es sind knapp 500 Euro. Es ist unfassbar viel Geld. Aber ich habe es ja schon mal erklärt. Im Gesamtkonzept ist es recht wenig, was es diesen Klanggewinn dann ausmacht. Oder ob diesen Klang verbessert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Aber ich muss das irgendwie erklären. Das ist nicht einfach, wenn man über Steckdosen spricht. Freunde, probiert es aus. Ich kann euch garantieren, es bringt was. Und es bringt sofort was. Unmittelbar werdet ihr das Klanggeschehen besser empfinden und mehr Spaß haben. Und ja. Also, vielen Dank, Schnerzinger. Vielen Dank an Loft Sound, die das super verpackt geschickt haben. Super schnell, unkompliziert. Die Dinger, die Schnerzinger-Sachen gibt es bei Loft Sound. Wenn ihr da einfach mal schauen wollt. Alles andere ist sehr viel teurer. Das ist so der Einstieg von Schnerzinger. Und ich finde aber auch da völlig zu Recht. Und ich habe meinen Spaß. Also, jetzt beende ich das Video. Sonst könnte ich nochmal 10 Minuten reden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut.